Herzlich Willkommen Leute zu einem kleinen Informationsvideo bezüglich meines Channels, bezüglich Monster Hunter, Dragon Ball und ein bisschen Allgemeinkram. Im Hintergrund bekommt ihr ein unglaublich cooles Dragon Ball FighterZ Match zu sehen von der PC Version. Dazu kommen wir später auch noch. Ich wollte heute einmal ganz kurz, ganz fix darüber reden, was momentan auf meinen Kanälen Sache ist, wie es da aussieht, weil ich viele Fragen jetzt bekommen habe bezüglich Projekt X und Projekt Y. Und da fangen wir jetzt als erstes einfach mal an. Wir sind oder machen einfach direkt zum Anfang mal Dragon Ball FighterZ. Es wird oft gefragt, ob ich mal wieder streame, wann die nächsten Videos kommen, ob ich mal XY spielen kann, wann Tutorials kommen und so weiter und so fort. Und ich war jetzt am Wochenende bei meinen Kollegen gewesen, mit denen ich ja auch immer viele viele Beat'em up spiele. Und deswegen habe ich da noch eine ganze ganze Menge gelernt, was Dragon Ball FighterZ angeht. Und jetzt können wir langsam uns mal dran wagen, entweder mal einen neuen Char auszuprobieren oder wir grinden die Ladder. Das hatte ich gestern im Stream auch schon gesagt. Wenn man die Ladder ein bisschen grinden möchte, dann kann man nicht in jedem Match den Charakter wechseln, weil man sich ja auch irgendwie mit seinem Team irgendwo einspielt, die ganzen Angriffe kennt, genau weiß, was man wann tut. Und da sich die ganzen Charaktere unterschiedlich spielen, ist es nicht so einfach, jederzeit den Charakter zu wechseln. Deswegen würde ich gerne an sich bei meinem Hauptteam bleiben und trotzdem irgendwie die Mischung finden, auch mal euch andere Charts zeigen zu können. Wir werden jetzt diese Woche, heute ist Sonntag, ihr wisst ja, was ich meine, nächste Woche auch mal diesen 3 gegen 3 Modus online testen. Bedeutet zum Beispiel spiele ich mit Maro, Alex, Kapuze, Freezy und Flocke, 3 gegen 3 intern. Oder wir spielen zu dritt und nehmen noch 3 von euch mit da rein, also man kann die Lobbys einfach aufmachen und dann connectet ihr mit rein und dann spielt jeder einen Charakter. Als Beispiel würde ich nur Jam True jetzt spielen, Kapuze, CRN20 und Alex, wie geht das als Beispiel. Und ihr 3 oder 3 von euch sind dann auch mit dabei und da könnte man, glaube ich, ein paar lustige Matches machen. Vor allem mit diesem Eintaggen und so weiter und so fort könnte das ziemlich nice sein. Und da könnte ich auch ein bisschen auf die Community eingehen, vielleicht euch ein klein bisschen helfen und so weiter und so fort. Allgemein werde ich heute, ich glaube heute, noch einen Stream machen, wo ich mir andere Charts ein bisschen anschauen werde. Wieder ein bisschen was üben, da könnt ihr mir auch wieder Fragen stellen. Ich versuche euch zu helfen, wo es geht. Und ja, das ist momentan mein Plan mit Dragon Ball Fighters. Am liebsten würde ich jetzt diese Woche noch ein Video bringen mit den Rank Matches von der PC-Version von Day One, denn dort haben wir uns ja kurzzeitig auf Platz 1 geprügelt, was die Anzahl der Sieger angeht. Und das ist ein Match aus dem Stream und da gibt es noch ein paar weitaus coolere. Die würde ich euch natürlich gerne zeigen wollen. Und ja, deswegen denke ich, es wird noch ein Video geben mit Stream-Ausschnitten und dann werde ich schauen, was wir noch so aufnehmen können. Interne Runden sind geplant, Matches mit euch sind geplant. Versus-Runden sind natürlich geplant, also unter uns gegeneinander, einer gegen einen, auch gegen andere YouTuber und so weiter und so fort. Ihr könnt mir aber auch gerne schreiben, welchen Charakter ihr gerne sehen wollen würdet. Wenn einer euren Charakter schon in die Kommentare geschrieben hat, dann liked doch diesen Kommentar gerne, damit das so ein bisschen klar ist, welchen Charakter ihr am meisten sehen wollt. Dann gucke ich mal, was ich dazu machen kann. Und dann werde ich auch mal schauen, ob ich euch irgendwie helfen kann, wieder besser ein Spiel zu finden. Denn ich finde, das ist ganz schön schwer, weil ich nicht bedacht habe, wie es ist, von Null anzufangen. Ich merke das an Alex, der jetzt so richtig anfängt, ein Video abzulehren. Und die Schwierigkeiten, die er am Anfang hat, die waren für mich in der Hinsicht gedanklich nicht existent. Und deswegen muss ich, was ein Tutorial theoretisch angeht, noch weiter unten anfangen. Also noch mehr bei Null. Ja, das auf jeden Fall einmal kurz dazu. Dann haben wir als Projekt Monster Hunter. Dort streamen wir ja immer abends momentan und machen ein klein bisschen Progress. Eigentlich farmen wir theoretisch nur die ganze Zeit unsere Rüstungen. Und da wurde ich oft gefragt, wann die Parts dann auf YouTube kommen. Und da muss ich sagen, das habe ich mir in der Hinsicht anders überlegt, während des Streams, weil der Stream dafür meiner Meinung nach nicht geeignet ist. Die Streams an sich waren sehr lustig und so weiter, waren aber auch sehr salzig. Viele Sachen, die in der Hinsicht nicht funktioniert haben, dass man Koop nicht zusammenspielen kann, wenn es um eine Storymission geht. Es sei denn, jeder triggert die Cutscene, portet sich raus, macht dann eine Gruppe. Also alles super doof eigentlich. Und das spiegelt sich so ein bisschen manchmal in der Laune wieder. Auch wenn es allgemein oder alles in allem sehr, sehr lustig und cool war, gab es Teile, die mich nicht überzeugen, was das angeht. Das möchte ich einfach nicht hochladen. Ich denke, das kann man akzeptieren. Wir haben uns dafür dann aber entschlossen, dass wir weiter Monster Hunter Videos machen, wo wir zum Beispiel sagen, okay, komm, wir machen jetzt den und den Boss und nehmen dazu halt ein Video auf oder farmen das und das Monster und nehmen dazu ein Video auf. So, dass ihr halt alles drumherum in der Hinsicht nicht mitbekommt. Ihr könnt natürlich immer sehr gerne abends bei den Streams dabei sein. Theoretisch habt ihr ja noch nichts verpasst. Wir haben zwar schon insgesamt sieben Stunden gestreamt, sind aber trotzdem noch am Anfang, weil wir die ganze Zeit die Mobs farmen, um halt an die Rüstungen zu kommen. Ich möchte da ein bisschen drauf achten, dass der Content für mich auch lustig ist und schön ist oder gut ist, wie dem auch sei. Und da bin ich an manchen Sachen, bin ich bei Monster Hunter da ein bisschen an Verzweifeln gewesen. Vor allem, weil es für mich halt auch noch ein neues Spiel ist und viele Sachen einfach unklar sind. Es ist einfach kein Flow in dem Video und in einem Stream ist das nicht so schlimm. Da gehört das so ein bisschen dazu mit dem Experimentieren, Ausprobieren, dass alles ein bisschen langsamer ist, wo zum Beispiel einer kurz essen war und wir einfach nur rumstanden und so weiter. Aber in einem Video, finde ich, muss der Flow ein bisschen, ja, muss ein bisschen gegeben sein und darf nicht so viele Downphasen in der Hinsicht haben. Ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen. Ich wollte euch trotzdem auch darüber informieren. Dasselbe gilt momentan für das Dragon Ball FighterZ Let's Play. Da geht es morgen weiter, nicht heute. Der Grund dafür ist, dass ich immer noch ein bisschen hader, wie ich das mit der Sound-Quali aufnehme. Ich bin manchmal zu leise, weil der Fight Stick zwischen mir und Mikrofon noch liegt und ich deswegen zu weit weg bin, deswegen alles ein bisschen zu leise ist, der Hintergrund Sound ein bisschen zu laut ist und so weiter und so fort. Und ich habe euch komplett vergessen mitzuteilen, dass es ja so ist, auf meinem Singleplayer-Kanal kommentiert bitte immer unter der ersten Folge auf meinem Hauptkanal. Schreibt zum Beispiel Folge 3 Doppelpunkt und dann schreibt euren Kommentar. So weiß ich nämlich immer, was gemeint ist und auf dem Hauptkanal werde ich benachrichtigt, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Auf dem Singleplayer-Kanal nicht. Deswegen sind auf dem Singleplayer-Kanal die Kommentare deaktiviert und es geht lediglich um den Hauptkanal. Also deswegen immer wieder unter Folge einschauen, Kommentar schreiben, wenn ihr einen schreiben möchtet natürlich und dann werde ich darauf beim nächsten Mal eingehen und beantworten. Ich habe auf dem Singleplayer-Kanal jetzt, was das Let's Play angeht, viel falsch gemacht mit der Sound-Quali, dass ich euch das nicht gesagt habe mit den Kommentaren. Und das versuche ich jetzt noch ein bisschen gerade zu biegen. Wird beim nächsten Mal alles wieder ein bisschen besser strukturiert sein. Ich bin einfach... Ich bin nicht gestresst. Absolut nicht. Aber es ist momentan so viel, was zu spielen ist, was aufzunehmen ist. Man kommt gar nicht hinterher, weil wieder alle Leute sich gedacht haben, komm, releasen wir doch am selben Tag. Also momentan gibt es für mich eigentlich keinen Schlaf. Sonst komme ich da nämlich absolut nicht mehr hinterher. Ist aber alles cool, wird auch wieder besser. Spiegelt auch ein bisschen meine Laune manchmal wieder. Ich werde auch wieder ein bisschen netter sein, auch zu meinen Mitspielern. Denn wenn irgendwas nicht läuft, dann werde ich immer ziemlich schnell zollt. Das ist eine ganz schlechte Angewohnheit, an der ich weiterhin versuche zu arbeiten, auch dieses Jährchen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schaffen werde. Fangen wir auf jeden Fall erstmal an. Und ja, das wird schon. Ich beantworte auch wieder mehr Kommentare. Da habe ich mir jetzt wieder gesagt, okay, nehme ich mir morgens eine Stunde Zeit, gehe auf Kommentare ein. Selbst wenn sie halt nur ein Herzchen bekommen, dann wisst ihr, dass ich sie gelesen habe. Aber viele bekommen auch eine Antwort. Deswegen, ja, allgemein neues Jahr, neues Glück. Wieder versuchen, ein bisschen zu steigern. Sorry, falls ich ein bisschen unfreundlich war, auch im Livestream oder sonstiges. Auch sorry an meine Kollegen, wenn ich ein bisschen unfreundlich zu euch gewesen bin oder sonstiges. Ihr kennt mich ja. Eigentlich ist das nicht der Fall. Und daran wird gearbeitet. Vielen Dank, dass ihr bei dem Infovideo zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr könnt das alles nachvollziehen. Ich hoffe, ihr fand den Kampf gerade geil. Wird mich selber ein Support freuen. Habt einen schönen Tag. Viel Spaß bei den Videos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.